Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Momodora und ja, wir sind hier im zweiten Part und dieses vibrieren der Dingsbums hier in der Stadt, das beruhigt mich. Ich hoffe, das geht gleich weg. Du kommst von diesem impfverseuchten Wald? Ja, interessant. Wie kann ich behilflich sein? Oh, die verkauft mir Sachen. Ich habe auch nicht so viel. Was macht das? Fehentrainer, was macht das? Erhöht kurzzeitig deinen Angriff um 50%. Erhöht die Resistenz gegen Statusveränderung. Ringen für irgendwas. Lässt Geräusche ertönen, wenn ein Geheimnis in der Nähe ist. Ah, okay. Wir gehen mal weiter. Au, ah, ah. Du kannst durch Sachen schießen, ne? Sitzplatz vor dir aus. Lass das sein. Blöder Hund. Meine Güte. So. Okay. Der Hund ist wieder da. Ich wollte eigentlich nur schauen, was hier ist. Gut, wir gehen hier nämlich direkt wieder nach unten. Theoretisch könnte ich hier grinden. Wäre auch bestimmt nicht dumm. Aber ja, wir können das von der Seite hier nicht öffnen, also gehen wir doch wieder nach oben. Und wir sollten nach Secrets achten. Ich habe nämlich ein paar bestimmt über Segen gehabt bei, beim ersten Gebiet. Hm. Gut. Und du bist der Nächste. Ich würde mal sagen, dass da unten ist ein Lebens-Upgrade. Du hast Lebensfragmente gefunden. Deine HP wurden erhöht. Ja, das ist ein Lebensfragment. Schön. Aber wir haben echt nicht viel Leben. Okay, wir reden nicht darüber. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Möchte ich das Leben Fragment jetzt neu holen? Ich hoffe nicht. Wenn wir sehen. Lass du dich. Ich gehe einfach nochmal zurück. Speichere einfach kurz nochmal. Möchte mir dann das Lebens-Upgrade sowieso nochmal neu holen. Du bist tot. Warte geht's. Hm. Okay, warum habe ich das gerade so easy hochgeschafft und dann fahre ich so dumm durch die Wände? Oder macht sowas Dummes? Ja. Man weiß es nicht. Sicher, dass da kein Secret ist oder so? Nö. Okay. Hätte ja sein können. Krähe. Ja, ja. Ja, und du bist weg. Dann holen wir uns kurz mal das Lebensfragment da wieder. Das ist jetzt nicht cool. So, HP wurden erhöht. Ich habe vergessen, dass da eine Hexe steht. Ah. Dummheit tut weh. Oh, ich habe ihn. Er hat mich reingeschubst und dabei habe ich ihn geschlagen. Okay. Pass auf, wir heilen uns einmal. Cast Wappen nötig um fortzuschreiten. Okay. Er ist dann können, dass wir da doch irgendwie was durchmachen können, ne? Already? Aua. Ich muss mal heilen. Quatsch. So. Let's kurz dieses Fragmentchen hier aufheben. Boah. Ich mag dieses Stadtziehen nicht. Oh Gott. Okay, Leute. Wir haben es irgendwie weiter geschafft. Ich kann hier direkt runter. Komm schon. Stirb. Danke. Mach, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört. Hört. Okay. Ah, verdammt. Gut, das kann ich hier nicht öffnen. Das geht hier links weiter. So. Oh, schon. Geh weg. Oh, ich mag den Bogen. Ich hoffe, man kann hier die Waffen auch upgraden. Links weiter nach links. Links weiter nach links. Hier geht's runter. Und da bin ich hier. Oh, ich kann einen Shortcut öffnen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ein Shortcut geöffnet. Ich geh kurz mal speichern. Ganz ehrlich. Ich hoffe, der... Aua. Okay, ich geh runter. Oh, nein. Hallo. Huch. Sieht aus wie eine Missionärin von außerhalb. Keh, keh, keh. Ha, 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 ha. Deine verrottete Leiche wird meiner Herrin gute Dienste erweisen. Okay. Moka. Ich mach dich platt, Moka. Das gefällt mir nicht. Puff. Ja, ja. Du, du, du wirst wohl ein längerer Boss, weil ich mach nämlich echt keinen Schaden. Oh, Gott. Vibriert. Oh, next stage. Oh, Gott. Lubella, Hexe des Verfalls. Oh, mein Gott. Ich bin darauf nicht vorbereitet. Was ist hier los? So. Ich schlag auf ihre Boops ein. Ich zahack die. Okay. Hallo? Oh, Gott. Soll ich denn da rausweichen? Okay, so. Und da wärst du gefasst reingerollt. Oh, die holen wir uns, Lubella, Hexe des Verfalls. Du kleine Pest. Ich kann keine Zeit mehr mit dir verschwenden. Okay. Ähm. 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 Wohin mit mir? Ich geh nach rechts. Ich geh nach links lang. Hier haben wir ein Gebet. Dingens. Speichern wir. So, kann ich zurückgehen? Ja, kann ich. Wie geht's? Wo geht's nach links lang? Ah, ins Wasser. Okay. Darüber reden wir nicht. Okay. Ist hier sonst irgendwas noch? Bin jetzt zurück in der Stadt. Oben konnte ich ja nichts kaufen, weil ich nicht das Geld dafür habe. Okay, sonst ist hier nichts. So, Leute. Ich würde aber sagen, das war's jetzt von dem Part hier. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und vielleicht auch ein Abo. Dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao.